Wir haben in der ersten Halbzeit viele Möglichkeiten gehabt. Sie sind dann sicher auch verdient in Führung gegangen. Was unser Problem war, dass wir zu wenig Tore geschossen haben, dass wir eigentlich höher hätten führen können. Wir haben eine Aktion vom Gegner und wir kriegen gleich das Tor. Die haben, glaube ich, im ganzen Spiel zweimal aufs Tor geschossen bei uns. Wir haben dann natürlich versucht, nach dem Ausgleich zweiter Halbzeit weiter Druck zu entwickeln. Wir mussten aber auch immer wieder auf Konter aufpassen. Wir haben versucht, nach dem Ausgleich zweiter Halbzeit weiter Druck zu entwickeln. Und das Gute war, dass die Mannschaft eigentlich immer daran geglaubt hat, dass wir noch eine Entscheidung herbeizwingen können. Und das war dann auch noch mit den Einwechslungen und ich glaube, der Sieg ist sicher verdient. Und ich sage meiner Mannschaft auch immer, es ist egal, ob du die Tore in der ersten Minute schießt oder in der 96. Hauptsache, du schießt sie. Aber grundsätzlich kann man es natürlich ruhiger haben. Das ist auch für die Trainerbank, wenn man das Spiel frühzeitiger entscheiden würde. Aber es ist sicherlich, dass es besser ist und es ist besser, dass wir die Tore in der ersten Minute schießen können. Und es ist besser, dass wir die Tore in der ersten Minute schießen können, dass wir die Tore in der ersten Minute schießen können. Ich gratuliere, dass es ein schwieriger Sieg ist, aber es ist ein verdienter Sieg. Man hätte viel mehr gewinnen sollen. Sie haben dann mit Bruno Savio dann eine Position, also einen Mittelstürmer gespielt, was die Idee dahinter, obwohl dann an der Bank Hossein und Scherif bereit waren. Und man hat gesehen, die hatten nicht viele Spiele in letzter Zeit gehabt, bis sie zum Beispiel mit der Rotation bleiben müssen. Ja. Ja. Also einfach auch. Er hat früher auch Stürmer gespielt. Und ich habe eigentlich gedacht, mit Afsha zusammen ist eine gute Kombination. Darum habe ich ihn von Anfang an nach vorne gebracht. Bruno Leib, bevor wir hier in der Ahele Leib für eine Zeit langfristig, dann könnte man sehen, dass wir die Tore in der ersten Minute sehen können. Und Afsha mit dem Malach. Denn die Tore in der ersten Minute kann man auch viel machen. Dann könnte man das machen. Dann könnte man das machen. Und ein Scherif von Hossein? Ja, die sind beide reingekommen. Also Hossein, der hat noch nicht so viel gespielt. Er musste meistens eigentlich auf der Aussenbahn spielen. Und ja, hat gezeigt, dass er ist natürlich auch das, was mir die Spieler im Training anbieten, was ich sehe, was ich dann beurteilen muss. Und das war jetzt in der letzten Zeit gut. Und darum hat er von Anfang an gespielt. Also ist er reingekommen. Der hat er zwei spielen in der letzten Zeit. Und der war für die Hossein, er hat dann nicht nur noch eine Zeit langfristig, und ich habe einen Moment gewonnen, und ich habe dann schon lange gewonnen, und dann bin ich bald an einigen. Und ich sage immer noch, dass die Tore in der ersten Minute ist, der die Tore in der ersten Minute ist, und der die Tore in der ersten Minute ist, der hat mich in der ersten Minute geht. Der hat eine 100 Prozent auf dem Tore in der ersten Minute ist. Und er hat sich in der ersten Minute zu erinnern, und der hat auf den Tore in der ersten Minute ist. Ich gratuliere Nasser Qanadan. Der Sieg kam dann zu spät, aber er kam dann in eine Minute mehr Freude für die Fans. Nächstes Spiel wird gegen Samoha auch ein schwieriges Spiel sein. Wann sehen wir Scherif als Haupt-Mittelstürmer, der eines Tages Torschützenkönig war in der Meisterschaft, wann sehen wir ihn wieder als Mittelstürmer oder als Stammspieler? Ja, wenn wir natürlich immer wieder mal rotieren. Wir haben ja viele Spiele. Das sind jetzt Dezember, Januar, Februar, März. Das sind alle drei, vier, fünf Tage Spiele. Es ist wichtig, dass wir natürlich alle bei Laune halten, dass wir schauen, dass jeder Spielrhythmus hat. Und Scherif hat er auch im Zentrum gespielt, hat auch Tore gemacht. Wir haben ja auch nicht so viele Linksfüßer. Er hat auch schon auf der Position gespielt. Und ich denke, dass er das auch sehr gut lösen kann. Ja, ich habe einen Teil der Macht der Macht. Also, es ist richtig gesagt, dass wir natürlich drei municipalisten schadenen sind. Das ist richtig, dass wir alle drei Jahre lang macht. Ich habe alle jahsen, alle jahsen, alle jahsen, alle jahsen. Ich habe alle jahsen, 100% zu sein und kann ich mit einem anderen jahsen und jeder jahsen. Und jeder ist zu sein. Ich habe keine Probleme zwischen dem jahsen und dem jahsen. Schreef ist ein sehr großartiges und sehr gut. Schreef hat es schon jahsen, das ist nicht erst einmal. Das ist nicht so, dass ich die ich angst. Ich weiß, dass Schreef hat es schon jahsen. Ich habe es noch nicht jahsen, sondern ich habe viele jahsen. Ich habe es schon jahsen, aber es hat es schon jahsen. Aber es hat er sich jahsen. Ich habe Schöripp gespielt für eine Ratschwelle. Heute in der Mitte der Ratschwelle, hat er sich in der Ratschwelle mit dem Ratschwelle. Und er hat sich in der Ratschwelle mit einem großen Schörippel. Und er kann sich in der Ratschwelle sein, dass er eine Ratschwelle mit einem Ratschwelle ist.